Peace Freunde! Und zwar mache ich für euch heute ein kurzes Video, denn ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich ziehe wieder um. Durch den Nachwuchs brauche ich leider noch mehr Raum, noch mehr Fläche. Und deswegen ziehe ich wieder um und deswegen ist zur Zeit gerade bei mir sehr, sehr stressig. Aber ich wollte trotzdem mal was Sinnvolles euch zeigen, beziehungsweise was Sinnvolles für euch beibringen. Denn ich habe heute einen Vortrag von der Frau Vera Birkenbill gesehen und es ging da in einer kleinen Stelle von dem Vortrag darum, wie du in nur 60 Sekunden dein Stresslevel senken kannst, beziehungsweise deinen Stress beseitigen kannst. Und zwar geht es sehr einfach, ich mache das Ganze mal sehr kurz. Sperre dich am besten irgendwo ein, damit die Leute nicht irgendwas Falsches von dir denken, dass du irgendwie verrückt bist oder so. Sperre dich irgendwo ein und grinse für 60 Sekunden. Das hört sich erstmal blöd an, aber durch das Grinsen überträgt, also ein Muskel drückt dann auf einen Nerv, hier. Und durch diesen Nerv wird dein Signal in dein Gehirn übertragen, dass Glückshormone ausgeschüttet werden sollen. Und dadurch, wenn du das 60 Sekunden lang machst, trägst du praktisch dein Gehirn aus und fühlst dich dann gut. Und am Anfang, genauso wie die Vera Birkenbill sagt, kommt man sich wirklich sehr, sehr komisch rüber. Und man denkt sich, was mache ich da überhaupt? Aber du stehst einfach die Zeit und machst das wirklich 60 Sekunden lang und ihr werdet merken, wie euer Stresslevel auf einmal sinkt und wie ihr euch besser fühlt. Und wie gesagt, das Ganze geht in 60 Sekunden und ihr trägt euer Gehirn ganz einfach aus. Die Dinge müssen nicht kompliziert sein, damit sie wirken. Ihr denkt euch vielleicht, was für ein einfacher Trick. Aber wie gesagt, die Dinge müssen nicht kompliziert sein. So etwas Kleines kann schon sehr, sehr viel bewirken. Deswegen Freunde, falls ihr jetzt in einer Stresssituation seid oder auch vielleicht, falls ihr es nicht seid, macht es mal und schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch gewirkt hat und wie ihr euch auch dabei rübergekommen seid. Und das würde mich echt interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch dieser Tipp geholfen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch und wünscht mir viel Glück bei dem Umzug. Ich habe gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Umzüge. Und ja, wir sehen uns bei dem nächsten Video. Und eine Sache noch, falls ihr ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein bekommen wollt, holt euch mein kostenloses E-Book, 10 Schritte zum großen Selbstbewusstsein, die Selbstbewusstseinsformel. Das E-Book ist komplett kostenlos und ihr bekommt es unten in der Beschreibung. Einfach auf den Link klicken, eure E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommt ihr diesen Link mit dem Download zugeschickt. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns in dem nächsten Video und bis dahin. Peace.